Hallo zusammen, ich bin mit der Rebecca und dem Florian, der ist aber leider nicht da, heute beim Theaterstück, das kostet uns gar nichts, das gucken wir uns gleich an. Wir waren heute noch beim Beach, wir waren gestern beim Free Concert und die Ausschnitte davon werdet ihr heute einfach sehen, die packe ich mit da dran und dann wünschen wir euch viel Spaß dabei und bis später dann, ciao! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier Ich bin hier, 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 ich bin hier Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo zusammen! Heute ist der fünfte Tag in Irvine und das heißt für mich mein letzter Tag bei meiner Freundin Rebecca und Florian. Und ich habe schon meine Sachen gepackt und wir fahren jetzt gleich nochmal in die Mall, so ein bisschen Schaufenster-Shoppen. Und dann bringt Rebecca mich nachher zum Flughafen und dann geht es für mich schon in die nächste Stadt und zwar nach Nassimgas. Und dann treffe ich die Johanna wieder, die werdet ihr dann auch sehen. Und dann danke fürs Zuschauen, lasst doch einfach ein Gefällt mir da oder einen Kommentar und dann bis später. Ciao!